ein wunderschön guten abend freunde da mein alter league of legends account leider weg ist ich auch seit mehr als sechs jahren nicht mehr gespielt habe so wirklich dachte ich mir ich fange neu an habe leider feststellen müssen dass man für ranked level 30 sein muss ja ich bin level 13 wir gehen rein schnelles spiel hauptsache hauptsache erfahrung scheiß egal ob gewinnen verlieren wir gucken mal was rauskommt ich würde also als favorit habe ich seht ihr vielleicht war weggesetzt im jungle noch nie gespielt keine ahnung aber jetzt kann man geführt mit mit jedem jungen also mal gucken das wird schon passen wenn ansonsten und ein bot es will just for fun ich mag den einfach ja wir gucken ein alter das ging schnell nehmt an was kannst du vergessen mein freund doch freunde war wie jungle ich sitze im chat tut möchte dass er jungelt ist das jetzt so einen neuen lol kann man doch schon wollen angeben was ist los mit ihm naja wir gucken was rauskommt ja freunde war wie gesagt das erste spiel gerade verkackt ich weiß nicht ob ich es raus schneide oder einfach drinnen lassen scheiß leicht einfach nur der weg aber wir kriegen mal rein freunde wir kriegen mal rein weiter kami ist mein browser please report was ich habe keine sind die alle verrückt also auf bruder basis auf bruder basis jungle hier durch die welt mit absicht ist das gilt weil einfach ein bisschen schaden am anfang zu ziehen kann ich weiß es wäre eine folge laut meter ist glaube ich da also als zweiter so kackt jetzt zum ehren holen wirst du schön 4 mittlerweile ist ja jungle witz geworden ja gleich zu früher und jetzt wem exxen wm exxen ich habe heraus im künzler Gattel Wo da? Die haben jetzt gesehen, die kacken sich bestimmt ein. Ich muss mal kurz auf, Freunde. Die haben jetzt nichts mehr. Mach doch nicht so eine Scheiße. Gierig, gierig. 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 Niiiice. Ich möchte irgendwas töten. Für muss das da... Ganz einfach Spam quasi. Also nicht als... Last City, wisst schon. Brutti, warum hat unser Dude uns Red geklaut? Das verstehe ich nicht. So gedrückt halten. Das habe ich immer versucht. Verdammt. Verdammt. Ah, ist ja smart. Ich kann quasi die Seite wechseln. Das könnte interessant sein für einen Kampf, gerade so bei Flächendamage oder so in der Geschichte. Hm, hm, hm. Hohin, Geo! Woah! Nice. Schön gemacht. Kommt die Valleon hier noch schön mit? Ja, gleich. Ja, gleich. So, zeig doch. Hm. Hm. Alles gut, Gavin, meiner. Alles gut. Alles gut, mein Freund. Nicht so am, diesen negativen. Bist du mich meiner? Hast du ja auch eine Staffel, wenn du dich hier unten freuchst? Kriegst du da selber nur Puls? Einfach schön. Den Leuten eher was beibringen. Wenn ihr es besser könnt, dann schreibt es den Leuten wirklich. Aber auf eine besagliche Art und Weise nicht. Bist du mich meiner? Bist du mich? Fertig Brou. Hur das super? kann das Komm mal, Zauber, bisschen Druck. Nice, das ist ein bisschen, ein bisschen Pressure. Under Pressure, looking down with me, down with me. Under Kontrolle! Da schneide ich auch noch. Ja, bisschen, wenn ich mir nicht gegengestellt, scheiße. So, ihr wisst Bescheid. If you know, you know. So, wir brauchen natürlich auch noch. Ein Verbündeter wurde getötet. Schwung. Die Bestie wird stärker. Oh, Mensch, fällt noch nicht so rum, Brudi. When that girl walked into the tower. Oh, ja, nee. Pressure, looking down at me. Under Pressure, looking down at me. Pressure, looking down on you. Pressure. Du weißt, was du getan hast. Wenn du weißt, wenn du weißt. Mach ein bisschen Pressure. Wir pfeifen rauf. Was? Oh, gleich verhasst du ja Fähigkeit aktiviert. Die Vergeltung ist genau einen Schritt hinter dir. Fähigkeit aktiviert. Du weißt, was du getan hast. 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 ist man zum weg der man nicht machen wollte warum auch immer ich habe keine Ahnung er wollte den einfach nicht machen es läuft doch ganz gut es läuft doch ganz gut ich kenne die straßen von zaun wie die flöhe in meinem feld ich weiß nicht wie du hin willst mein schatz kriege ich schon erstmal blue ja 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 Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann versuchen wir mal ein bisschen zu pressern. So ab gehts. Ach so, man setzt die Lux, ja. Komm doch! Hallo Luxi! Das ist alles nette. Alter. Pressure. Scheiße, genau. Minions. Die Stadt ist ein Jagd. 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 Das ist doch gut. Voll ich gut! Voll ich gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was machen wir mit dem Rettstress? Kommt doch zu Uncle Warby. Bitteaa Meine Treue! Ich fahre jetzt von der Warwick anzugreifen, aber komm. Drei Leute! Ich wollte mal gucken, wie weit es ist. Ich fahre jetzt mit dem Rettstress. So, ich würde sagen, wenn wir da alle vorrennen, ist es vorbei. Ich würde nicht zu großkürzig wirken. Am Ende, wisst ihr? Einmal guten Counter, alle lange tot, zack, war es das. Das deprimiert man nicht, meine gute Runde. Oder 18, kann man schon sagen, ich bin schon hart gefeatet. Ich hoffe, diese Zahlen hier bedeuten nicht, wie oft die Wars gesetzt haben. Oh, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, sie sind alle tot, ist schlecht. Ich brauche nicht das viel, oder? Ich werde kurz ein bisschen heilen. Ich fühle es mir schon. Ja, das was ganz das Wettbewerb ist, dass wir hier reißen. Aber ich kann so viel Zeit. Aber ich bin nicht zu können, wie die Wettbewerb ist, die Wette will man nicht wirklich zu machen. Ich bin nicht zu Hause. Ich bin nicht zu Hause. Ich bin nicht zu Hause. Nein, das ist wirklich zu Hause. Aber ich bin nicht zu Hause. Ich bin nicht zu Hause, sondern zu Hause. Das war's für heute. Aber aus Disrespect. Naugestellen. Freunde, hier oben sehen sie uns nicht so schnell. Komm, 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 komm. Das war's für heute. 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 Alles ist gut, Freunde. Weil wir markieren. Der digitale Piss. Das Auge, glaubt mir. Jungs, habt ihr euch richtig Stress? Freunde. Hallo. Hallo. Was geht's? Was geht's? Wunderschöne Runde. Vielen Dank. Das hab ich mal gebraucht. Ohne Scheiß. Nice. Geil. Ja, Freunde. Was soll ich sagen? Warwick Jungle. Funktioniert. Ich würd sagen, ähm, bis zur Video auf jeden Fall im Jungle bleiben, außer es bietet sich mal an, aber sonst. Nice Scheiß. Ich wünsch euch was. Tschüss. Tschüss.